Ich bin Bill Nye, der Hotelmanager. Hören Sie einen Augenblick zeitig? Nachdem Ihre Kreditkarte gesperrt wurde, haben wir Ihre Mutter schon zweimal aufgefordert, die Rechnung zu begleichen. Danke. Hat Sie das wirklich alles bestellt? Und auf die Rechnung setzen lassen. Als Sie letzte Nacht nicht ins Hotel kam, wollte ich schon die Polizei rufen. Das ist ja jetzt nicht mehr nötig. Ich übernehme die Rechnung. Meine Mutter checkt aus und Ihre Sachen werden heute Nachmittag abgeholt. Vielen Dank. Mrs. Charles, würden Sie hier bitte unterschreiben? Danke.